Willkommen zurück. Hey, besser orientiert? Planlos? In Eile? Aber ich habe einfach gerade überprängelt dafür. Ist echt überteuert. Halt, stopp! Dafür gibt es noch eine Lösung. The slide shows HU stocks in key nuclear states. What are you talking about? Oh, I'm sorry. I forgot to tell you. I'm a teacher. Ist das ein Vegetarier? Ja, ich glaube, der frisst Gras, oder? Und wo lebt der eigentlich? Hello, hello. Sir, sir, hello. Hey, what up, buddy? Hey, man. How's it going, man? The third dimension is complexity. Okay, great. Well, thanks a lot for having me here with us today and for telling us about your work. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020